Hallo, ich bin Manny Caprisso und spreche im neuen Disney-Abenteuer Das Geheimnis der Feenflügel, die Fee Periwinkle. Seht jetzt hier auf kinder.de eine exklusive Vorschau. Viel Spaß! Bin gleich wieder da. Da bin ich ja schon, Lord Millory. Habt ihr dieses Flügelbuch erhalten? Früher? Seid ihr öfter einfach mal vorbeigekommen, um Hallo zu sagen? Und ist mir eine Ehre? Tut mir leid. Hallo. Ist mir eine Ehre? Ist mir eine Ehre. Das Buch beunruhigt mich. Was, wenn eine Warmfee es hergebracht hat, Hüther? Das wäre doch vielleicht mal ganz nett, eine Warmfee kennenzulernen. Noch dazu eine mit einem so exzellenten Büchergeschmack. Es ist hier zu kalt. Aber wenn sie vielleicht einen dicken Mantel anhätte? Oder einen von diesen kleinen Polündern? Ihr wisst schon, die sind schick. Habt ihr vergessen, es ist verboten, die Grenze zu überqueren. Es gab mal eine Zeit, da war das anders. Diese Regel wurde aufgestellt, um die Feen zu schützen. Das wird immer so bleiben. Aber ich... Sollte eine Warmfee hierher kommen, Hüther, schickt ihr sie sofort zurück? Ja, natürlich. Ich danke euch. Disney ist das Geheimnis der Feenflügel.